Musik In Güstrow macht zurzeit eine Wanderausstellung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt halt. Bis 17. Juni wird in der städtischen Galerie Wollhalle das Zukunftsprojekt Energiewende von seiner künstlerischen Seite betrachtet. In acht Bereichen wird gezeigt, wie die verschiedenen Aspekte der Energiewende auf den unterschiedlichen Ebenen umgesetzt werden können. Technische, naturwissenschaftliche und gesellschaftliche Inhalte werden über diese Ausstellung transportiert. Vor allem die 15 interaktiven Stationen bringen mehr als nur Informationen. Hier können die Besucher selbst aktiv werden. Für Schulklassen ist der Besuch der Ausstellung Zukunftsprojekt Energiewende kostenfrei. Die städtische Galerie Wollhalle hat täglich von 11 bis 17 Uhr geöffnet.